Hey Internet und YouTube, zurück bei Maxi. Ja, ich bin und... Pfff... Patti! Hey, ich bin ja schon hier. Alles wird gut. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Wupp, die, da... Pfff, 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 ich muss erst wieder... Ich muss erst... Moment, ich muss erst wieder warm werden, okay? Pupp, pfff... Pupp, pfff... Super, kein, kein, kein... Ich bin... Ich bin absolut Profi. Absoluter Erfolg. Idiot. In diesem Spiel. Keine Panik. What is this? Gib mir das. Boah, ey, ey, ey. Keine Panik. Ich verbrauche Munition ohne Ende. Hey, Vorsicht. Es tut mir leid. Boing. Okay. Nicht lustig? Okay. Fand ich auch nicht. Nee, überhaupt nicht lustig. Oh yes, baby. Yes! Kopfschuss in Ehren kann niemand versehen. Wo? Wohin? Wo? Ah, hier. Excuse me. Ich bin seit dem letzten Jahr rund um meine Apartment. Der Ex-Cop und mich klockte es seit Monaten. Aber der Todbeut in mich gab es keine Scheiße. Genau, ihr solltet lieber alle abhauen, und nicht aus irgendwelchen Ecken irgendwelche Waffen rausholen, und mich damit beschießen. Wo ist er? 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 Da! Du kleine Ratte! Verdammt nochmal! Wo ist er? 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 Nächster bitte! Ohohohohoho! Da hilft kein Pflaster mehr, mein Freund. Oh! Ich bin gut mit dem Leather. Es ist viel hier! Geh und begleiten! Das zeigt nicht so viel Blut zu zeigen. Oh! Alles leer? Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Warte, 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 kurz! Oh, yes! Warte, warte, kurz! Oh, ja! Nicht, dass ich das brauchen würde! Aber wenn schon da ist, dann nehm ich's halt! Entschuldige, was redest du? Ich bin schon hier! Ich bin schon hier! What? Okay, was? Was sollte er auch sonst denn? Was? Oh nein, 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 nein! Boah! Hehehe! Na, Jugi sehen! Ja! Kann das nicht umgehen? Maxi! Hast du ein Glück, dass ich nachladen muss? Ich hab zwei, danke! Let's just get over there! Ja! Think you need a hand? No, do you! Ich hab zwei, danke! Let's go, Bigo! You like that? Should be a bit quieter in here. Yeah, it's nice! Wunderschön! Oh, yes! Kapitel 5! So here we were, miles up the Tieté River, looking for what we did not know. Maxi! Are you listening? Maxi! That's what I was saying. I think they're a group called the Kraschapret. Why'd you tell me they were called the CS? They are! I mean... Cyberspace. She was kidnapped by the CS. The guys that crash that little party at the stadium? They were a group of paramilitaries. You'll have to forgive me for not being able to follow all this. You're not supposed to follow him. The government can even follow him. It ensures that no one's ever guilty. So why'd they do it? Bust us at the stadium. Yeah, somebody told them we were gonna be there with a whole lot of money. Anyway, the money's gone. Just hope we can get the girl back. Yeah, me too. I wonder where the hell she is. You know there's a harbor about a half a mile up? She's gotta be there. This is a known Comando Sombra area. You know, if I've been doing my job properly... We wouldn't be out here in the middle of nowhere looking for some broad who got pinched on my watch. That's what we tell ourselves, huh? It's all our fault. No, I'm serious. By the time they grabbed the girls, I was half cut. I ain't slipping, man. I'm slipped. I'm a bad joke. Max, we work private security. We're all ex-soldiers, ex-special forces, ex-cops, ex-good guys. We all have our reasons why we became ex. Maybe now we can put things right, okay? So that was it, was it? Say the magic word and be absolved of your sins. If only shit were that simple, I'd have done it years ago. Me, I'd been stuck in the past so long I'd forgotten what year it was. Hey, Max, quit your daydreaming. This is it. It's over there. I cut the engine. Glide in. Don't go anywhere. Ja, geh mitten ins Feld. Okaym, okaym. Genau, stell dich jetzt genau so hin. Damit ich vor lauter Panik wieder in Deckung gehen. Alright. Ich habe nichts. Gott, gut, gut. Verzeihung. So, die question is... What the... Muss ich tun? Okay, ich flieg einfach davon. Dann sind wir ja glücklich, oder nicht? Max, jetzt macht er nicht so viele Gedanken darüber. Alles wird gut. Ich habe die Steuerung übernommen. War das jetzt ein kleiner Hinweis? Dass ich hier Lärm machen soll? Ja, ich kann es mir schon denken. Ich kann es mir schon denken. Hier ist Deckung, oder? Oh, oh. Können wir Freunde... Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Und Max braucht sich keine... Macht euch keine Sorgen um ihn. Alles wird gut. Alles... Ich bin wahrscheinlich jetzt wieder an 10.000 Waffen vorbeigelaufen. Lass mich jetzt noch das schnell untersuchen. Oder das hier? No... No amigos here. No amigos. Oh, oh, ich verstehe... Oh, okay. Nichts sequenz! Max, ich wollte mich verabschieden. Jesus Christ. Lass jetzt. Ich bin tot. Im nächsten Part bin ich tot. Ich kann es nicht verstehen, aber ich hatte es nicht zu tun, aber ich hatte es nicht zu tun. Schöpflöten sind die gleiche, von hier zu Timbuktu. The slab of meat on the boat was clearly the boss. Serrano, they called him. And it seemed that our suspicions were correct. Fabiana was here, somewhere further ahead. I had to find her quickly and quietly if possible. The last thing I wanted was a party with these clowns. The next part is good. 1 from 6. Okay, tschüss.